Seien es die Bauernproteste, die wir aktuell haben, sei es die Klimadebatte, was auch immer. Die Fronten verhärten sich immer mehr und es wird immer schwieriger, miteinander zu reden. Und wenn du es als Business überträgst, es scheint da nicht mehr den Wunsch zu geben, miteinander zu kommunizieren. Wenn du natürlich keinen Bock hast, mit jemand anderem zu reden, wenn du einfach wirklich keinen Bock hast, dann brauchen wir uns über psychologische Kommunikationsbarrieren keine Gedanken machen. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann geht es tatsächlich nur noch um den Einsatz von Machtmitteln, weil was anderes gibt es nicht. Und dann stellt sich die Frage, wer hat die stärkeren Machtmittel? Sind wir wirklich bereit, die einzusetzen und diesen Druck auch aufrechtzuhalten? Ist es wirklich das, was wir wollen oder gibt es vielleicht noch andere Optionen?